Willkommen zu meinem Review-Video über den Samsung Crystal UHDCU 7179 50 Zoll Fernseher. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten ziehen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Beginnen wir mit den Merkmalen dieses Fernsehers. Die Pure Color Technologie von Samsung ermöglicht lebensechte Farben, die einen in ihren Bann ziehen. Sie werden von der Bildqualität dieses Fernsehers begeistert sein. Der Crystal Prozessor 4K sorgt für ein leistungsstarkes 4K-Upscaling und zeigt Farbnuancen fast so, wie sie wirklich sind. Mit Motion Accelerator erleben Sie flüssige Bewegungen für ein klares TV-Bild. Egal ob Sie Filme schauen oder Videospiele spielen, dieser Fernseher bietet Ihnen ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Ein weiteres Highlight dieses Fernsehers ist der Samsung Smart Hub und Garming Hub. Hier finden Sie alle Ihre Lieblings-Smart-TV und Garming-Apps an einem Ort. Sie können problemlos zwischen verschiedenen Apps wechseln und Ihre Lieblingsserien streamen oder Ihre Lieblingsspiele spielen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und einfach zu bedienen. Ein weiteres beeindruckendes Merkmal dieses Fernsehers ist der Object Tracking Sound Light. Dieses Feature schafft einen virtuellen Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann. Sie werden das Gefühl haben, dass der Sound direkt aus dem Bild kommt und ein immersives Klangerlebnis bieten. Nun kommen wir zu den Testimonials von zufriedenen Nutzern. Peter B. schreibt, Mein letztes TV-Gerät habe ich vor ca. 15 Jahren gekauft. Entsprechend bin ich natürlich von den Möglichkeiten eines modernen Geräts begeistert. Die Ersterfahrung mit diesem Fernseher war eine gute. Erlobt die einfache Installation und die gute Bildqualität. Brisco Schneider teilt seine Erfahrung mit uns. Den TV an eine Wandhalterung anzubringen war etwas knifflig, aber nachdem er montiert war, funktionierte alles einwandfrei. Die Bildqualität ist klar und scharf, und der Preis ist angemessen. Auch Borsellino ist von diesem Fernseher beeindruckt. Habe mir diesen 85 Zoll zugelegt und bin sehr zufrieden. Das Bild ist super und auch bei SD-Qualität positiv überraschend. Die Fernbedienung ist gewöhnungsbedürftig, aber man kann auch eine alte Samsung-Fernbedienung verwenden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass der Samsung Crystal U HDCU 7179 50 Zoll Fernseher ein beeindruckendes Produkt ist. Die Bildqualität ist hervorragend, die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und die zusätzlichen Funktionen wie der Smart Hoop und der Object Tracking Sound Light machen diesen Fernseher zu einer großartigen Wahl. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Fernseher sind, der ein beeindruckendes visuelles Erlebnis bietet und Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Apps und Spielen ermöglicht, dann sollten Sie definitiv in Betracht ziehen, den Samsung Crystal U HDCU 7179 50 Zoll Fernseher zu kaufen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Review-Video gefallen und ich freue mich darauf, Sie in meinem nächsten Video wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen!